Hi, ich bin Lisa, Berlinerin, geboren und aufgewachsen und erzähle euch jetzt von meinem Berlin-Bekenntnis. Es begab sich einmal zu einer Zeit im Sommer, als ich mit meinen Freunden in der Ypse feiern war. Wie immer, viel Spaß, viel Pfeffi, viele fremde Leute. Wir haben die Nacht durchgetanzt und nach Sonnenaufgang sind wir raus und ein Typ kam auf uns zu und meinte, hey, sag mal, kenne ich euch eigentlich? Wir entgegneten alle mit Nein und er meinte, gut, besser so, denn ich habe gerade gepupst und der Wind steht richtig schlecht für euch. Ein Geruch, den ich niemals vergessen werde und bestimmt immer mit Berlin und Feiern in Verbindung bringen.